Alter ich bin nicht schon wieder Jungle So jetzt mach ich aber Calls hier Aber jetzt nicht klicken sonst bannt du ihn Ne aber ich tu so als würde ich ihn bannen weil dann bannt ihn kein anderer Mhhh Midlane Main Best By Far Worst Jungle SH Okay hat schon gepickt So Leute Jasur Jungle Also ich finde diese Streipste sind nicht so richtig Also meinen Chat kann die gar nicht sehen ich muss nur eine Camback machen Ich finde die sind also die so oben so einen fetten schwarzen Balken haben Die sind nicht geil Also da gibts geil Jasur Jungle Leute First time ever Ich hätte Fleet Footwork mitnehmen müssen das ist das erste Das wird übel einfach Ja klar Wir haben das Game jetzt schon gewonnen die können nicht surrender Können nicht surrender So ihr müsst jetzt tanken und so Der Jungler sagt Pass auf ich mach jetzt richtig harte Outplays Ich hab mir schon Gedanken dabei gemacht Wir nehmen nämlich jetzt die Wind Wall Und facen jetzt erstmal den Boy hier Soll ich einen Wind Wall Gang machen Leute Komm let's go Bitte nicht Tobi Bitte nicht Tobi Bitte geh weg Dann nicht Krieg ich hier Level 3 Oh ja krieg ich Let's go Boys Let's go Boys Der Gang der gefürchtete Ich brauch noch Stacks Leute Muss ich da für Flaschen nehmen Hättest du getroffen wäre das geil aber Oh mein Gott Alter ich sag dir bald spielen alle Auf dem ganzen Kontinent Planeten Und im Universum Jasur Jungle Also es ist halt grad legit nur weil wir Weil ich unglaublich gut spiele Im Gegensatz zu dir Tobi was erwartest du von uns Ja nicht so viel anscheinend Ja wir gehen shoppen Leute Ja wir gehen shoppen Leute Also brauchen wir Tiamat eigentlich Leute so Fragezeichen Ich glaub wir gehen erstmal rote Machete Come a boy Almost Oh Mayonnaise Mayonnaise Aber das Gute immer wenn ein Maid auf der lane stimmt kann ich die Farmer Das ist immer ein Vorteil Das klingt sehr ver... Ähm hier ist ein Blitzcrank Richtig richtig Hätt ich noch gebraucht Für ein Keyblade, Bayblade, Ultrablade und Sayonese Blade Aber so nicht So ich würde sagen gehen wir nochmal fix shoppen Attack Speedboots Leute Let's go Boah Boah ich bin so fast Ja das ist richtig Ich geh glaub ich nochmal top lane Top lane sind für mich grad gewordet aber let's go Ich mein let's go Wenn nicht jetzt wann dann Wenn nicht jetzt wann dann Okay Können wir da nicht dive Alter Was wie viel tower damage bekomme ich dir bitte Also ich bin Level 6 Ich würde einfach 40 leben 1000 prozent Richtig 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 geil alter So können wir was machen Namiwelle Aber da können wir jetzt was machen Dann müssen wir jetzt was machen Hoffentlich durfte ich so was machen Oh nice hier Let's go Let's go Let's go Ja Okay das war Aber ist okay das geht's Hahahaha Sterbt ihr schon wieder auch mal Obwohl ne ich hab Draven gekillt Hey wie habt ihr das getan Wie habt ihr das getan Legend Ich hab 1900 Gold Die Frage ist gehe ich jetzt Ich muss ja eigentlich immer noch Phantom Dancer bauen Also gehen wir jetzt Phantom Dancer und dann gehen wir Aufs Derax Namiwelle Nami Wave Into GG Meinst das klappt Kommt rüber so Bei der Bubble Warte ich still hier oder Oh jetzt Oh Gott der Fick Namiwelle Ja 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 Nö voll gar nicht Was du möchtest Ja das war nicht was geplant war aber es äh Es ging irgendwie Okay nevermind Alter jetzt gerade kommt das Game ja komplett zum Embracen hier Ich muss auf jeden Fall heute hier in dem Game noch richtig krasse Plays machen Aber richtig krasse Plays So ähm Phantom Dancer ist da Ab jetzt sind wir Ab jetzt sind wir strong Egal Digga Let's go Namiwelle Ich bin da Nein ich kann nicht die Olden Ich war gestanden Ich bin äh Also ja der stirbt perfekt 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 Oh hier geht noch was Ich würde auch gerne noch was machen aber ähm Oh den hätte ich haben können Alter Ey die wollen mich doch Weißt du der grab mich halt von meinem Kill weg That was so great guys I am so happy Haha Hast du gerade That was so great So wegen Set und mitleiden und so weißt du So ha Geh weg Abna 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 Ne 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 kein Montage Ich bin Ich bin Yasur mit Gehirn Alter ich bin ein Büffettgehör Komm her komm her komm her komm her Jetzt Yasur mit Gehirn play Ähm das ist Naja den will ich nicht Ehrlich gut Er ist ein bisschen bunt hier das ganze Geh mal weg Können wir hier Leute jetzt für den Play gehen Ich brauche aber einen Q-Stack von dem Oh Gott Der Mehr Der Der Seber Mehr Gäuble Und Tür Her Nein, 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 kein Montage. Ich bin, ich bin Yasur mit Gehirn. Das kannst du YouTube nicht vorteilen. Ich sag dir, wenn ich das auf YouTube lade, dann ist jeder zweite Kommentar, Tobi, du machst die Combo-Files. Tobi, dass der Take-Speed-Jungle-Item baut man nicht. Tobi. Damit der Druck ja nicht zu hoch ist. Ich bin morgen übrigens an Aldi, die ich vielleicht überlesen habe. Falls jemand von euch ein besonderes guten Morgen will, muss er jetzt Ad-Hopz wieder hinzusetzen. Aber nur in meinem Chat, das wird gelesen. Zett, Leute, Outplay für Zett. Ich meine, der ist fett, aber dafür gehen wir. Der kommt jetzt gleich. Der denkt jetzt, ich will die nicht sehen. 11, 15, die machst du doch? Das war, das ist sehr, also, hier, jetzt, let's go. Let's go, jetzt, jetzt geht's los. Montageplay. Warum hat er sich getroffen? Let it, der war, ich war doch in allen drin. Aber ich töte alle. Ich töte, ich lebe. Oh mein Gott, ich hab sie Outplayed. Oh mein Gott. Heftiger Spieler. Ach so. Kann wir da was machen? Ich hab immer noch Ult. Ähm, geht schon los. Sick. Yasugo Tank. Alter, Junge. Hier, was ist das denn? Das ist Pugnoti Jauri, mal da. Er hat 200 Health gekauft, Diggi. Das ist Tank. Das ist Tank. Full Tank. Ja, ja, ja. Boah, das ist alles durch mich passiert. Was, 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 warum? Ich bin tot. Ne, was bin ich, was für tot, Alter. Jetzt bin ich tot. Ich glaub, jetzt engaght er mich. Jetzt engaght er mich. Ah! Und jetzt Outplay mit Outsprung durch, 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 durch. Sick. Oh, da, 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 da. Jetzt Outplay. Nein, 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 nein. Oh, jetzt. Oh mein Gott. Munter, okay. Warum ist dieser Yasu so gut, oder? Ja, ich, ne, genau. Alter, hättest du nicht so hart geintet? Ich war voll hart im Carry. Ich hab dich gerade gefragt, warum der Yasu so gut ist. Ja, warum ist dieser Yasu so gut? Hallo, ich hab dir sogar Honor gegeben. Ich hab meine Probe noch tot. Und ich bin Platin 5 gekommen. Ja, Alter, gehörst du auch immer als Yasu, oder? Oh, okay, welcome. Ja, hä? Also, du lachst halt letztend wie ein Affe. Das ist der erste Punkt. Und zweitens... Der einzige Damage, den du gemacht hast, ist durch deine Ultimate. Du hast nur durch deine Ult Damage gemacht. Immerhin hab ich Damage gemacht. Ja, ich drück R und mach Damage. Bei mir, ich muss da krass für meine Ult arbeiten, für meine Plays und für mein Damage. Das ist halt nicht so einfach. Und zwar meine Hose jetzt droppen. So, hier, die Hose ist weg. Damit ist der erste Grundstein, der Ramontic, gesetzt. Jetzt seid ihr dran. Haben wir noch was noch? Sehr gut. Sehr gut! Wie lange? gruppeil. Dort da vor. Warum? Du siehst gleich! Du siehst. Ab graduier EST!